Fünf, die Feuergottheit! Oh, jetzt geht der Kampf erst richtig los! Jetzt sind wir nämlich... Feuergottheit Tanjiro! Ach, der geht durch die Verteidigung durch! Ach, komm schon! Hör, was? Was zur Hölle, der hat mich da reingeschubst, der Pisser! Wen soll ich verarschen? Ach, jetzt komm schon! Stirr! Ach komm, der hat seine behinderte Kombo immer! Ach, leck mich doch am Arsch! Oh nein! Musik, geh weg! Vielleicht hilft es, wenn ich darüber rede, aber ich weiß nämlich, dass die Musik ein kleines Problem ist. Ist! Weswegen ist auf YouTube einfach... Wahrscheinlich wird das, was ich... Sage jetzt nicht reich. Wahrscheinlich wird man das nicht hören, was ich jetzt sage. Auf YouTube zumindest. Ah, stimmt! Schiene! Alles klar, Dark! Ich wünsche dir nur gute Nacht und danke, dass du da warst! Schiene! 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 Nein! Verkackt! Ja! Ab mit dem Kopf! Puh! C-Rang! Total scheiße! Was ist dabei! Ah! Ich muss das noch auf S spielen! Das wird heftig! Aber gut! Man wird besser, wenn man immer und immer wieder kämpft gegen den Gegner. Wenn man die Moves kennt und so. Oh! Dann, ja, Puh! Ich bin nichtまで. Dann, ich kann nicht nicht ... Ich bin aber noch nemen. Ich bin, ich bin noch nicht so tragez. Ich bin nur noch ... Und ich bin now. Ich würde mich, Ihnen noch nicht so schnauf, wenn ich mich zur Vorstellung! Oh! Ich bin jetzt! Ich bin immer wohl im Nehort. Ich bin noch nicht einfach! Ich bin mir also erst abge Large. Seule ich bin, als ich mich ... Ich bin für mich, oder? Der ist richtig bös. Dieser kleine Drecksack. Er sieht nicht gut aus. Und... Oh, guck mal, wer da kommt. Ich muss in die Sequenzen reinquatschen jetzt. Ist mir auch egal. Es tut mir leid. Vielleicht haben wir Glück und man sieht es auf YouTube. Ohne, dass diese Szene zum Beispiel stumm ist. Wenn nicht, ich lade es nochmal auf Twitch hoch. Mal gucken, vielleicht hat Twitch auch das dagegen. Weil Anime Musik müsste eigentlich jetzt keine Probleme geben. In dem Sinne. Weil, denke ich mal. Aber wer weiß, könnte auch sein... Äh. Äh. Ja, wenn es gut sein wird, dann wird die Erinnerung des Menschen verloren. Ich will, dass ich was, was ich will, nicht wissen. Ich will, dass ich mich nicht mehr in die Hand genommen habe. Ich will, dass ich mich nicht mehr aufhören kann. Ich kann es nicht mehr sehen, aber ich kann es nicht mehr so sagen. Ich bin ein kleiner Körper, weil ich mich nicht mehr so verliebt habe, dass ich mich nicht mehr so verliebt habe. Ich bin ein heißer, wie ein明eres Lichtes, der nett ist. immer noch so ein bisschen mitleid das ist auch teilweise so als würde tanjiro nicht töten sondern erlösen von ihren dämonen da sein aber so ein bisschen passt das eigentliche auch zu halloween jetzt ne demon slayer ist immerhin geht es um dämonen und in halloween muss ja nicht immer alles horror sein oder weil in halloween geht es ja auch oft um dämonen sind wir eigentlich jetzt wirklich schon ins kapitel 5 automatisch gekommen ich muss sagen shinobos japanische stimme ist auch nicht schlecht aber ich mag auch ihre deutsche stimme aber die stimme habe ich auch schon mal gehört glaube ich ganz schön kann das sein dass einer der genchen schaas auch die stimme hat ich kann mich natürlich auch irren weil die stimmen von manchen sind sich sehr ähnlich also die die stimme auf ähnliche art und weise verstellen ja Wir müssen uns in der Klinik töten. Kann man sich nicht動fen? Wenn man nicht動ft, kann man sich nicht動fen. Gehen Sie meine Freundin und weg. Tomioka... Entschuldigung! Vielen Dank! Kann man sich gegen die, oder? Es ist ein Verwaltung? Die hatten zwar ein bisschen die Klingen gekreuzt, aber ich glaube... ... jetzt nicht so, dass man das als Kampf hier einbauen könnte. Tomioka-san... Ah... Ja... Das war damals... ... wir waren mit uns. Mezuko ist ein Zeug... ... und er hat mir nicht weiß, dass ich... ... den Urokodaki-san zeigte. Tomioka-san... ... und wieder. Ich bin ein wenig weit entfernt! Was ist das? Was ist das? Wie soll ich sagen? Das ist sicherlich... 2 Jahre lang. Ich kann mich so lange darüber sprechen, aber ich kann mich nicht verletzen. Ich kann mich nicht verletzen. Ich weiß, was ich verletzte, dass ich mich nicht verletzen habe? Woh... Woh! Woh! Ah! Nezuko! Kapitel 4 und 5 in einem, ne? Wechselt einfach mal von Kapitel 4 zu 5 und zack, 4 ist beendet, 5 ist beendet, in einem rutscht, ne? Die Feiergottheit, jetzt haben wir einen neuen Tanjiro. Oh, sorry. Ja, wir waren ein bisschen scheiße. Kann man auch einzelne Kämpfe nochmal neu machen? Eigentlich müsste ich den ganzen Kampf hier machen, auf der Suche Nezuko. Naja, die Bewohner des Berges. Kapitel 6, Versammlung der Säulen. Murata! Was? Diese werden dich ab sofort im Trainingsmodus ausbilden. Murata, ich wusste den, den kann man, aber warum? Der hat in diesem Spiel nichts gerissen. Äh, ich meine in der Serie. So, wir haben hier noch, äh, Szenen. Ähnlich in Kapitel 6. Auch hier haben wir noch. Ne, das ist ein anderer. Kapitel. Die beiden finden mal so ein Kapitel 6, okay. Achso. Ne, das gehörte doch zu Kapitel 5. Ah, Kapitel 5 ist das gewesen doch. Weil ich dachte, das Kapitel... Ah, der Name hat sich geändert. Der Name hat sich geändert. Das war das. Schade nur, dass nicht alle Säulen spielbar sind, aber man hat auch nie alle Säulen kämpfen sehen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch die Kämpfer. Wir testen den neuen. Murata. Wir testen den neuen. Murata. Wir testen den neuen Riff wieder. Hört einfach mal! Ähnliche Moves wie die Tanjiro drauf. Was war das denn? Der Warneлин. Ich hatte die熱. Ich bin unge합니다. Ich bin der Sinn. Ich bin der Grund. Ich bin der Grund für das Schwiebel. Ich bin der Grund! Das war's für heute. Ich finde das aber cool, dass die den auch reingebracht haben. Der war gut. Der war gut. Narang, ja, super. Nesgur und Inoska. Geh, 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 Geh! Geh, Geh, Geh! Ich muss schon sagen, um Nesko zu spielen ist schon cool. Geh, Geh, Geh! Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Verdammt! Nein, 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 nein! Das wird nicht der Todesstoß, leider. Geh, 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 Geh! Geh, Geh, Geh! Na Knie nieder Arang ok Ach komm kann ich schaden die Erinnerungsfragment jetzt noch zu sehen Na Knie nieder Ich habe nur noch nicht gewusst, aber ich habe noch nicht gewusst, dass ich mit einer Familie verabschiedet habe, aber ich habe die Frau perfekt gemacht Ich habe die Lüge von Lüge gewonnen Lüge, Lüge, ich habe mich verabschiedet, vielleicht habe ich auch noch nie Ich weiß nicht, wie geht's die Kugel? Ich weiß nicht, ob ich die Kugel weggekehrt. Ich weiß nicht, ob ich das, was ich. Ich weiß nicht, ob ich die Kugel wieder zurückgekehrt habe. Ich weiß nicht, ob ich die Kugel wieder zurückkehren. Wenn ich mich überraschere, dann wird Rui wieder zurückgekriegen. Es gibt keine anderen Familie. Aber ich werde nur noch nicht leben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Platin hier... Aber ich muss auch noch in einem anderen Storm Platin holen. Also S-Rang zu holen wird in den Spielen von denen immer schwerer. Wohl, naja. Ich habe auch noch in einem anderen Storm Platin holen, also S-Rang zu holen, wird in den Spielen von denen immer schwerer. Oh, was ist das? Was ist das? Es ist egal. Es ist nicht so schön. Ich habe die Platin, aber es ist sehr schön, aber es ist sehr schwer. Erstens, die Schleuchte, die in den Schleuchten verletzen. Und dann ist es für deine Arbeit. Ich werde sofort in den Schleuchten und dann werde ich mein Essen. Ähm... Was? Nur mit dem Schlauch zu verabschieden, der Körper ist fast nicht verabschiedet, nicht wahr? Das war gut. Murata, ich glaube, Shinomo und Ayaka haben die gleiche Stimme. Ich mag ja die Stimme von Ayaka in Aus... aus... Ah, genau! Die Schlauchze... ...denn, die sich nicht verabschieden. Wie gesagt, sicher bündnis. Weil Japaner haben manchmal eine ähnliche Stimmlage... ... weil gerade weil sie die Stimme für ihre Rolle verstellen... Ich habe mich nicht verletzelt. Ich habe mich nicht verletzelt. Ich habe mich als Muzan gezeigt, und habe mich sehr Kraft gegeben. Aber ich habe mich nicht gefühlt. Ich habe mich nicht verletzelt. Das ist das, was ich? Was ist das? Was hast du gemacht? Rui! Rui! Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du noch... Das ist alles klar, Lui. Ich werde dich mit dir leben lassen. Das ist alles klar, Lui. Ich werde dich mit dir leben. Das ist alles klar, Lui. Ich werde dich mit dir. Ich habe das Gefühl, dass mein Vater und meine Mutter die mir die Menschen verletzt hat, dass ich die Menschen verletzt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mir die Stimme von meinem eigenen Stimme verletzt habe. Deswegen kamen sie mir so bekannt vor. Ah, und... Oh ja, genau. Stimmt. Ich habe ja gerade nach Ayaka geschaut. Ähm, ähm. Mishinobu? Shinobu, Ayaka und Yamato teilen sich sozusagen Gespräche. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich das kleine Körper mit einem kleinen Schmerz hatte. Das hat einen großen Schmerz zu bekommen. Das ist ein Schmerz zu bekommen. Das ist ein Schmerz. Ich habe alles ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Ich habe mich nicht so dieses Schmerzes. Ich bin zu diesem Menschen, wenn ich die Menschen um dich zu töten... Ich bin zu der Erde, nicht? Ich bin zu dem Herrn und deine Mutter... ...hier, nicht? Ich bin zu der Erde, nicht? Ich bin zu der Erde, nicht zu der Erde. Ich bin zu der Erde, nicht zu der Erde. Oh... Natürlich, ich habe keine Angst, dass ich mit einem Gehirn schreitze. Aber ich habe mich nicht so schwer, dass ich das Gehirn schreitze, dass ich das Gehirn schreitze. Der Gehirn war ein Mensch. Ich war ein Mensch. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich